machen wir gewinner bleib stehen einfach ja ja okay mach du den timer ich würde sagen 15 sekunden ich sag 15 sekunden ist echt ja man muss ja auch schnell machen er macht macht 20 sekunden ja also wo ich mit elie gespielt habe haben wir halbe minute aber 20 ist auch okay das meine ich jetzt wird schwer muss man ja gut wenn du aber wenn du ein tipps der cd zeit deswegen meine ich bei 20 sekunden gefütten ja lasst heißen ja auch fair wenn man nicht weiß dann gibt es ja nicht wieder dran ist der nicht auch alexis sanchez müsste doch auch so oder auch der sein ich bin mir nicht sicher also psw man kann es auch einen anderen weg gehen wenn du willst ja ich meine ich habe es will timba ist auch ajax aber ich hier erst mal jetzt muss ich ja hier auch noch und hier ist ja das ist ja real ja wer ist denn das möchte aber auch komplett drauf ich wollte hier ronaldo wollte ich aber da gebe ich jetzt einfach ein der ist ja hinter der geist ist schwer ich glaube da musst du mal skippen oder ich weiß es jetzt nicht ob das auch wieder ja ich bin komplett raus realatio gibt mal also wenn er nicht mehr weiß ich weiß ich weiß ich weiß ja was war der psw arsenal psw arsenal psw arsenal kannst auch hier die nie immer gehen war ja bei psw nein fuck my life lazio real madrid lazio real madrid ich kenne keine zwei spieler von lazio ich kenne nur immobile ja ist so also hier psw du brauchst da und holländer der bei asien gespielt hat ich habe keine keine ahnung ja manchmal unentschieden ja unentschieden machte noch mal eine runde fange ich ja oder du ja fang du wieder man wird so erschlagen von dem logo und vor den logen logos ja klein indirekt ja sind schenkow wäre es gewesen jetzt hätte ich einen dicken bruch gehabt aber vielleicht stimmt das was war der nasen oder was affelei wobei schalke war auf jeden fall eindhofen und barca jetzt muss ich schon ach man ist der so kawaii muss der eigentlich sein united barca united barca pique ich hätte nie gewusst dass der bei manu war ja doch porto barca porto barca der war auch man wie sind alle bei real die ich im kopf habe pepe casillas porto barca kannst du noch das da oben zumachen ach hier ist er auch noch oh lol was ist ein menu chelsea menu chelsea menu chelsea das ist wahrscheinlich so so banal ach keine ahnung wahrscheinlich dann juan mata da ist er wieder da ist er wieder ja let's go koamata der beste jetzt fange ich an oder ja machen wir direkt und teste ihn zu tic tac tic tac das ist wieder so klassiker wenn man hier hinten sitzt fällt es da mal ein an wenn man dran ist nicht ja dieser gabriel welcher dieser innenverteidiger real oder nein brasilien und arsenal weißt du ja ich habe gerade gabriel eingeben und er kam nicht weißt du magal hees aber jetzt hast du den ja ach scheiße ach so ja gut dann musst du ja dann musst du dann musst du jetzt einen sagen ja gut dann skipp nochmal und dann wissen wir halt dass der weiß ist ja ok also ich bin ne ja ja ösif ja warte aber du müsstest jetzt rein theoretisch wenn der weiß ist müsstest du ja links zu machen müssen also hier ist jetzt ein weißer dann hat er hier die chance ach so und da ja ja r9 ja ja und jetzt mache ich hier öse ach ja oh mein gott scheiße ach ok fang du an ich fang an ok ach Latios schon wieder der full ey bei mir bricht es ja jetzt schon direkt guck mal haben wir doch wieder ach so Ne, oder bin ich blöd? Doch. Ja. Wie heißt denn der, Mann? Ich glaube nicht. Jetzt ist halt die Frage, wie der heißt. Ja, Lukas Lever. Ach, der ist Lever, ne? Ja, oder? Da ist er, oder? Ja, gut, ich habe halt keine Chance, irgendwie auf Sieg zu spielen jetzt. Du musst nur unentschieden rauskisteln. Ja. Ja, hier bringt auch nichts. Ach, geht ein Doppelter, geht? Ja. Achso. Muss geben. Zwei. Eins. Warte. Warte. War der da? Ja. Oh. Nur Doppelte hier, noch nicht am Arsch. Arsenal Juve. Ja, und hier auch. Ja, bei Lazio Porto. Mann, wer ist denn Arsenal Juve, Alter? Warte, ich könnte sogar einen bei Lazio haben. Fünf. Vier. Zwei. Tom? Ich weiß nicht, ob der da gespielt hat. Oh ja. Boah, stark Junge. Ist stark. Stark. Das war richtig strong. Der hab ich nicht gesehen. Fang du an. Okay. Äh. Tja, muss Silber. Oh. 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 Boah. Oh. Timer. Oh. Äh. Hä? Er heißt William. Nicht William. Äh. Ich mach den jetzt nicht. Äh. Äh. Ja, mach, mach. Klar, sicher. Fuck. Jetzt steh ich komplett aufm Schlauch. Ich weiß auch nichts. Noch 10. Ich mach erst mal einen Neymar. Zeit, jetzt kannst du ja fertig machen. Ey, das ist... Ne, oder? Fuck, wie hieß der? Gui Meires meinst du, oder wen? Ne. Also du tippst ja gerade. Du tippst ja. Zeit ist, also... Ah, Alter. Ne, warte. Fuuuck. Stark. Das... Also... Das ist stark. Weil wo geht Bundesliga nur? Warte. Okay, let's go. Ja, ihr seid, ne? Das war ich, oder was? Mhm. Ach, der läuft schon. Mhm. Äh. 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 Du hast... Du hast mit... Q hast du eingegeben, ne? S-I-Q hast du eingegeben. Ja, der spielt doch da dieser Sieg-Kuh. Ja, schau mal mit G, oder? Heißt ja nicht mit D. Weiß ich... Heißt ja nicht... Schau mal bitte. Zeit läuft. Äh. 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 Erzählt nicht Jugend. Erzählt nur Profi, oder? Anscheinend... Aber warte mal, der ist doch Franzose, oder? Äh. Der hat da nie gekommen. Äh. 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 Ich wollte wieder ab. Ah, der war gar nicht mehr härter, oder? Der war nicht mehr härter. Kommt ja auch mal ab. Kai Freiburg. Der hat doch noch nie einen Türke in Freiburg gespielt, oder? Boah. Fünftal hast du noch ungefähr? Türke Bayern. Achso. Aber eigentlich ist der Deutscher. Fängt ja rein. Ich probier jetzt mal diesen... Mit Kuba, oder? Bin ich dumm. Der wird doch mit S-i-d. 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 Oder S-i-d. 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 Da. Oh, mit L. Da. Aber der spielt nicht mehr bei Freiburg! Hä? Der hat doch bei Freiburg gespielt! Ja, perfekt! Boah, das ist vorkt Türkei! Boah, stark, Jogi! Äh... Das bringt mir ja nichts. Türkei, Bayern... Ich kenn einen, aber der wird nicht safe nicht zählen. Ich kenn auch einen. Ich auch. Ich weiß aber nicht, ob der... Ich habe Erda Öztürk, aber der war bei Bayern nur in der Jugend. Das zählt wahrscheinlich wieder nicht. Obwohl, der hat eigentlich mal... Ja, safe. Der hat... Der hat mal mittrainiert. Warte, der wird niemals zählen. Jetzt wird nicht mal angezeigt. Er wird nicht mal angezeigt. Aber er muss OZ wahrscheinlich schreiben. Osttürk. Warte mal, wie heißt der hier? Gibt es nicht hier Mehmet Ikichi oder wie heißt der? Wie hieß denn der Mann? Ja, Ikichi gibt's. Wie hieß der so Ikichi? Mehmet Ikichi. Scheiße. Mit Altintop, Junge. Ich hätte jetzt noch... Karimi? Karimi nicht Türke? Nee, das ist doch... Iraner, oder? Ach, Iraner ist ja. Du hast unentschieden, oder? Nee, warum? Achso, Türke Freiburg. Fünf Sekunden. Da habe ich wieder den gleichen, aber der hat ja... Skipper? Der hat ja auch nicht gezählt. Hast du schon gemacht? Skipper? Achso, mach Skipper. Muss auf. Hertha-Wolz... Ja... Hertha-Wolz... Wer gibt's denn da noch? Mann, es kann nicht sein, dass ich die Runde hier unentschieden nur kriege. Mann, ich weiß nichts mehr. Ich mache jetzt nicht Soyunchi, weil ich es auf dem Chat gesehen habe. Ich sage jetzt nur unentschieden, oder? Ja, Soyunchi wäre der einzige, glaube ich, gewesen. Neue. Kann man da nicht sehen, wer jetzt die fehlenden Dinger sind? Das wäre halt geil, wenn das so wäre. Ah, hier. Reveal missing players. Kuss. Danke für nichts. Äh, fang du an. Ach du Kacke. Oh, Scheiße. Ähm... Der Kapitän. Der Kapitano. Oh. Hä? Du hast... Ah, fang! Ah, das tut weh. Jetzt muss ich nicht fett fingern. Viele Österreicher in der Bundesliga. Ich... Nee, der ist safe nicht. Stark. Ah! Ah, mir fällt sogar noch einer gerade ein. Ich hätte Pröme gehabt. Ja. Der wäre mir jetzt als Zweiter eingefallen. Ja, okay, der ist nicht drin. Ja, zählt. Zählt. Das heißt, hier ist jetzt eine... Äh, Augsburg-Leber. Musst du skippen dann, oder? Ah, nee, du hast ja falsch gemacht. Ja. 30 sind vorbei. Neue 30 laufen. Ich weiß, ich hätte einen, aber... Ich bin mir nicht zu 100% sicher, muss ich sagen. Oh, Hoffenheim-Leverkusen kannst du machen. Stimmt. Was ist denn Hoffenheim-Leverkusen noch? 5 Sekunden. Der hab ich ja gar nicht mehr gesehen. Ich... Also der wird nicht stimmen, aber... Oder wie wird da geschrieben? Der ist Bochum. Ohhhh! Ne, der war auch auf. Ja, bei Köln war. Stark. Hier, für die Zeit. Wer wird? Du fängst aber nicht. Amelie wäre noch gewesen. Hoffenheim-Leverkusen. Du oder ich? Ich mach... Schalke-Glapper. M-Bolo. Achso. Achso. Jetzt hab ich schon Druck. Schalke-Union. Ja gut, also... Ja gut, der wird da wohl jetzt drin stehen, oder? Der Mutter. Oh, jetzt hat's... Hast du nicht gesehen, oder? Doch, doch. Hab's gesehen. Nein! Ich bin einfach ein dummer Mensch! Ja, das... Ich bin einfach dumm, weißt du? Deshalb bin ich Influencer. Weil ich einfach kein IQ habe. Weil ich einfach kein IQ habe. Ich bin ruhig. Dortmund-Union. Dortmund-Union. Alter, wer ist denn? Dortmund-Union. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. Mach ihn da unten. 6. 5. Ich hab... Mir fällt gerade nix ein. Boah, genau da. Perfekt. Ja. Und das bringt mir nix. Wolfsburg-Bayern. Ich hab mich jetzt nur darauf konzentriert. Wolfsburg-Bayern, Wolfsburg-Bayern. Luis Gustavo. Oh, stark. Rioson wird doch gegangen, oder? Hat doch schon mal gewonnen. Ach man, ja, na klar. Ach, stimmt. Rioson. Also fängst du jetzt mit so einem Spielchen an, ja? Ja, klar. Alles klar. Wir fahren eine ganz entspannte Runde hier. Hey, jetzt kommt Psychospiel. Ja, alles klar. Ja, klar.